Der English Cocker Spaniel, heute im Poirassenporträt. Was es mit der sogenannten Cockerwut auf sich hat, erfährst du am Ende des Videos. Die Herkunft des English Cocker ist bis dato unbekannt. Man sagt, dass sie bereits vor mehr als 2000 Jahren mit römischen Soldaten nach Großbritannien gekommen sind. Das Einsatzgebiet des Hundes war die Jagd auf Waldschnepfen. Noch heute werden sie dafür eingesetzt, obwohl die meisten Cocker Spaniel als Familienhunde gehalten werden. Der Cocker Spaniel hat einen robusten Körperbau. Die Widerrisshöhe beträgt zwischen 36 und 43 cm und bringt dabei ein Gewicht von 12 bis 16 kg auf die Waage. Das Fell des Hundes ist glatt und seidig. Er kann viele Farben haben, wie zum Beispiel Unifarben bis Braun, Weiß oder Schwarz, aber auch zweifarbig wie Blauschimmel oder Orangenschimmel. Der Cocker Spaniel ist vom Wesen her sehr freundlich und fröhlich. Er bindet sich eng an seine Familie, kann aber auch einen ausgeprägten Jagdtrieb haben. Cocker Spaniel lieben es zu futtern, deshalb muss man bei ihnen ganz besonders auf das Gewicht achten. Leider kann die Rasse anfällig für einige Erberkrankungen sein. Er kann das Vestibularsyndrom haben, das ist eine Erkrankung des Innenohrs, Augenprobleme, Nierenerkrankung, Herzerkrankung und die sogenannte Cockerwut. Hier kommt es zu anfallsartigen, grundlosen Aggressionshaftern. Dies ist ein Grund, sofort Kontakt mit dem Tierarzt aufzunehmen.